Musik Irgendwo im Walde Ein Märchen von Karl Ewald Irgendwo im Walde lebte eine kleine Gesellschaft von guten Freunden ganz nah beieinander. Da war eine Kornblume, die so stolz aussah, ohne es zu sein, und die Glockenblume, die so blau und bescheiden war. Da war die Nelke mild und rot und fromm wie kein anderer und ein Büschel Grashalme, die zwar grün waren, aber recht ärmlich und dankbar, wenn man sie überhaupt beachtete. Ferner war da ein wenig Moos, das auf einem alten Baum stumpf wuchs und für sich selbst sorgte, und dann der Haselnussstrauch, der der vornehmste von allen war, weil er so groß war und vor allem, weil der Hempfling sein Nest darin gebaut hatte. Niemals kam es zu Streitigkeiten zwischen den Freunden. Ein jeder kümmerte sich nur um sich und stand dem anderen nicht in dem Wege. Am Abend, wenn das Tagewerk beendet war, lauschten sie dem Gesang des Hempflings. Oder es knarrte und knackte in den Zweigen des Nussstrauchs, was ebenso unheimlich war wie eine pflichtige Gespenstergeschichte. Oder die Grashalme flüsterten etwas ganz leise und ohne Sinn, aber auch das hörte sich ganz schön an, wenn man müde ist und ein gutes Gewissen hat. Erlebte einer der Freunde etwas Frohes, so freuten sich alle. Als die Knosten der Nelk und der Kornblume aufsprangen, gratulierte der Nussstrauch, der Hempfling schluch sein längstes Trillern, und die Grashalme verneigten sich erbietig wie eine Deputation und vergossen jeder einen Tautropfen Vorrührung. Als die Hempflingsjungen aus dem Ei krochen, da waren alle Freunde so glücklich, als hätten sie selber Familienzuwachs bekommen. Aus dem Walde erscholl das Rauschen, der Kronen und der Gesang vielerlei Vögel, aber das ging die Freunde nichts an. Es geschah, dass ein Reh gesprungen kam oder ein Fuchs heranschlich, und einmal versteckte sich ein furchtsamer Hase unter dem Nussstrauch, während ringsum die Schüsse knallten und die Hunde bellten. Von solch einem Ereignis redeten sie viele Tage lang, aber dann beruhigten sie sich wieder, und der Sommer ging hin. Eines Morgens fühlte die Nelke sich nicht recht wohl. Stängel und Blätter waren schlaff, und die Wurzeln taten ihr weh. Die Blüten saßen so besonderbar lose, wie ihr schien. Als sie den anderen ihr Leid klagte, erzählte die Kornblume und die Glockenblume, dass es ihnen genauso ginge. Auch die Grashalme sagten dasselbe. Das konnte man freilich nicht recht mitrechnen, denn sie waren immer derselben Meinung wie der, mit dem sie gerade sprachen. Das Moos sagte gar nichts, doch das hatte nichts zu bedeuten, denn es war auch niemand da, der es fragte. »Wir brauchen Regen«, sagte der Nussstrauch, »sonst fehlt uns nichts. Mich stört es noch nicht, aber es kann noch kommen. Ihr seid so klein und zart, darum merkt ihr es zuerst.« Die Grashalme nickten und fanden, das sei ausgezeichnet gesagt von dem Nussstrauch. Die anderen ließen den Kopf hängen. Der Hempfling sang so schön er konnte, um die kranken Freunde aufzuheitern. Aber krank waren sie, und krank blieben sie, und mit jedem Tag wurde es schlimmer. »Ich glaube, ich sterbe«, sagte die Nelke. Die Grashalme erwiderten ihr höflich, sie seien schon halb gestorben. Auch dem Nussstrauch ging es nicht gut, und dem Hempfling kam die Luft so schwül vor, dass er gar keine Lust zu singen verspürte. Als sie sich am Abend unterhielten, hörten sie die gleiche Klage in dem Rauschen des großen Waldes, in dem Gebrüll des Hirsches, dem Bellen des Fuchses, dem Quaken des Frosches und dem Pfeifen der Maus in ihrem Loch. Auch der Förster und der Bauer, die vorübergingen, sprachen davon. Sie schauten zu dem blanken Himmel auf und schüttelten die Köpfe. »Morgen wird es auch wieder nicht regnen«, sagte der Förster, »meine kleinen Bäume gehen alle ein.« »Und mein Korn wird versenkt«, seufzte der Bauer. Am nächsten Morgen erschraken die Freunde ernstlich, als sie einander betrachteten. Sie waren überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen, so sahen sie aus. Gelbe, hängende Blätter, welke Blüten und trockene Wurzeln. Nur das Moos sah noch so aus wie sonst. »Merkst du nichts?«, fragte der Haselstrauch. »Gewiss merke ich was«, erwiderte das Moos, »aber man kann es mir nicht ansehen. Ich kann stehen und schon einen ganzen Monat tot sein und dabei aussehen, als ob ich noch ganz lebendig wäre. Ich kann nichts dafür.« »Ich will doch mal hinauf und nach einer Wolke ausschauen«, sagte der Hempfling. Und er flog empor, so hoch hinauf, dass er für die anderen vollkommen verschwand. Als er zurückkam, erzählte er, »es stehe eine Wolke weit, weit im Westen.« »Bitt sie, dass sie herkommt«, flehte die Glockenblume mit matter Stimme. Und der Hempfling floh wieder fort und kehrte nach einer Weile mit dem traurigen Bescheid zurück, dass die Wolke nicht kommen könnte. »Sie möchte wohl«, sagte der Hempfling, »es gefällt ihr gar nicht, da oben mit all dem Regen zu hängen, aber sie müsste warten, bis der Wind sie holt.« »Lebt wohl«, rief die Nelke müde, »es war eine schöne Zeit, die wir miteinander verlebt haben. Nun kann ich nicht mehr.« Und damit starb sie. All die Freunde sahen aneinander entsetzt an. »Wir müssen dem Wind ein gutes Wort geben«, sagte der Nußstrauch, in dem noch am meisten Leben war. »Sonst ist es aus mit uns allen.« Am nächsten Morgen in der Früh kam der Wind herbeigeschlichen. Er kam ganz sacht, denn auch er war der unleidlich trockenen Wärme müde, aber seine Runde mußte er ja machen. »Lieber Wind«, sagte die Kornblume, »bring uns eine kleine Wolke, sonst sterben wir allesamt.« »Es ist keine Wolke da«, erwiderte der Wind. »Du lügst, Wind«, sagte der Hempfling, »weit drüben im Westen steht eine wunderschöne graue Wolke.« »So«, sagt der Wind, »ich bin augenblicklich Ostwind, da kann ich nicht helfen.« »Dreh dich, lieber Wind, und bringe uns die Wolke«, bat die Glockenblume sehr beweglich. »Du kannst ja laufen, wohin du willst, und wir werden dir dankbar sein, solange wir leben.« »Du kannst dich um die Gesellschaft verdient machen«, fiel der Nussstrauch ein. »Um die ganze Gesellschaft«, »um die ganze Gesellschaft«, flüsterten die Grashalme. »Schon möglich«, sagte der Wind, »aber ich bin nicht derjenige, für den ihr mich haltet. Ihr glaubt, ich sei mein eigener Herr, weil ich gesprungen komme und mich drehe, und manchmal langsam laufe und manchmal schnell und manchmal mild bin und manchmal streng. Und doch bin ich nur ein Hund, der kommt, wenn sein Herr ruft.« »Wer ist denn dein Herr?«, fragte der Hempfling. »Ich will zu ihm gehen, und wenn er am Ende der Welt wohnt.« »Ja, wenn das so ginge«, antwortete der Wind, »mein Herr ist die Sonne. Auf Ihren Befehl laufe ich meinen Weg. Wenn sie irgendwo so richtig scheint, dann laufe ich mit der warmen Luft in die Höhe und hole anderswohl Kälte und fliege mit ihr längs der Erde hin. Ob im Osten oder Westen, kümmert mich nicht.« »Das verstehe ich nicht«, sagte der Hempfling. »Ich verstehe es selbst nicht«, entgegnete der Wind, »aber ich tue es.« Und dann legte er sich, und die Freunde ließen ihre Köpfe hängen und wussten keinen Rat. »Da ist nichts zu machen. Wir müssen sterben«, riefen die Kornblumen. »Hab ich den Winter hindurch hier gestanden, so werd ich doch wohl auch das aushalten«, sagte der Nussstrauch. »Aber streng ist es.« Und die Glockenblumen und die Kornblumen, die noch keinen Winter überstanden haben, fragten erstaunt, ob er denn wohl noch schlimmer sein könnte, als das, was sie jetzt durchzumachen hatten. Und der Hempfling träumte vom Süden, wo er sich im Winter aufhielt, und die Grasalme hatten die Sache ganz aufgegeben. »Reichen deine Zweige nicht bis zur Sonne?«, fragte die Kornblume den Nussstrauch. »Kannst du nicht zur Sonne fliegen?«, fragten die Glockenblumen den Hempfling. »Aber das konnten sie nicht, und die Tage verstrichen, und das Elend wuchs.« Es war ganz still im Walde, kein Vogel piepte, der Fuchs hielt sich in seiner Höhle, der Hirsch lag im Schatten und ließ ächstend die Zunge aus dem Halse heraushängen, und die Zweige der Bäume hingen gleichfalls herab, wie wenn ein Begräbnis im Gange wäre. Die Glockenblumen aber läuteten mit all ihren Glocken, als wollten sie den Tod einläuten im Walde. Wer es hörte, weiß man nicht so recht, denn keiner der Freunde sagte etwas. Aber dann hörten alle deutlich jemanden sprechen, und alle wussten sofort, dass es die Sonne war, die der Nussstrauch mit seinen Zweigen nicht erreichten und zudem der Hempfling nicht hinfliegen konnte, die aber die Klage der Glockenblume gehört hatte. »Ich scheine, wie ich muss, und nicht wie ich will, und ich kann euch nicht helfen. Kein Fußbreit kann ich von meinem Wege abweichen, kein Strahl kann ich nach meinem eigenen Willen versenden.« »Ich verstehe es nicht«, sagte der Haselnussstrauch. »Ich ebenso wenig wie du«, erklärte die Sonne, »aber so ist es nun einmal. Und ich verstehe so viel, dass es mit den Armenkornblumen aus ist«, sagte die Korndume, und im nächsten Augenblick war sie tot. Und dann kam die Nacht, und alle glaubten, dass dies ihre letzte sein würde. Aber plötzlich hob die Glockenblume ihr krankes Köpfchen und lauschte. Ihr war, als hörte sie ein Laut, wie wenn ein Tropfen fällt. Jetzt fiel noch einer, es schlug gegen ein Blatt auf, und noch einer und noch einer. Alle erwachten, als der Regen herabströmte. Die armseligen Grashalme erhoben sich, das elende Moos bekam neuen Mut. Der Hempfling begann zu singen, obschon es finstere Nacht war. Der Haselnussstrauch bebte vor Freude, dass die jungen Hempflinge beinahe aus dem Nest gefallen wären. Rings im Walde lebte alles auf. Die Nacht war voller Glück. Der Förster und der Bauer standen aus ihren Betten auf und trafen sich im Regen und drückten einander die Hand mit frohen Augen. Es regnete die ganze Nacht und den folgenden Tag und die folgende Nacht und noch ein Tag. Manchmal regnete es ganz sacht und manchmal heftig. Die Erde trank mit durstigem Mund all das Wasser und die Wurzeln sogen es begierig aus der Erde auf und Blätter und Blüten entfalten sich und standen aufrecht und unter da auf aufrechtem Stängel. Dann kam der dritte Tag mit Sonne am blauen Himmel und mit Leben und Lustigkeit im Walde. Nun rief der Wind und kam gesprungen, als wäre er noch nie in seinem Leben müde gewesen. Seht ihr, ich hab euch den Regen gebracht. Nun, sagte die Wolke, die hoch oben dahin trieb, im weißen, leichten Gewand, seht ihr, ich hab euch Regen verschafft. Nun, sagte die Sonne, und sie lachte dabei so mild und rund wie noch nie zuvor, habt ihr nun euren Willen? Die Freunde sahen einander verwundert an, aber drüben saß der rote Fuchs mit seinem garstigen, klugen Gesicht. So sind sie, sagte er, bittet man sie um etwas, so sind sie nie zu Hause, aber sich den Dank zu holen, das vergessen sie nicht. so sind sie nicht verletzt. Ich hab euch den Garten mit dem Georg und der reduziert, so sind sie nicht verletzt, so sind sie nicht verletzt, und sie kämpfen. die Verletzende tun zu haben, sie haben sich mit dem Gelegen des Garten. So sind sie einfach, so sind sie nicht verletzt, und sie tanzen sind seit dem Garten. Vielen Dank.